hallo meine lieben wasteländer hier ist wieder der neo und es geht weiter mit mods heute ganz im sinne vom eigenheimbau ich habe jetzt hier schon ein bisschen angefangen mit mein neues heim aufzubauen bin aber noch lange noch nicht fertig ich versuche jetzt hier für jeden meiner gefährten ein individuelles heim zu bauen und da fangen wir mit der ersten mod direkt mal an und die nennt sich snap and build mit snap and build könnt ihr hier zum beispiel solche bunker bauen wenn ihr es installiert mit nexus mod manager könnt ihr aus drei skins wählen ich glaube das war institut voltech und brotherhood ich habe eben brotherhood genommen weil sie das angeboten hat damit ich ein heim für den paladin dance bauen kann außerdem könnt ihr damit gartenhäuser so so gartenhäuser gewächshäuser bauen wie sie zum beispiel in greygarden stehen und ihr könnt noch diese typischen betonbunker bauen und wie sie an den ganzen militärbasen stehen wie gesagt lässt sich ganz einfach über nexus mod manager installieren und das alles funktioniert auch wie der name schon sagt mit snap ihr baut das ding auf und ihr klickt die anderen sachen einfach ganz normal zusammen und dann könnt ihr das ganze einrichten ne hier paladin dance schlafzimmer ich bin auch immer nicht ganz fertig ich baue die ganze zeit und überlege und überlege und überlege was ich bauen könnte dann kommen wir auch schon zum nächsten mod die nennt sich nämlich law friendly flag pack hd das fügt euch einfach ein paar neue flaggen ein die ihr bauen könnt wie hier nuka cola hier new california republic das ist übrigens das haus von mcready haben wir dann noch ein paar flaggen aufgestellt hier das ist kürriesheim ganz im sinne einer forscherin ärztin gucken wir uns mal die anderen flaggen noch an die es gibt blond bombshell grognack der baba noch mal grognack das haben wir gerade gesehen jose buggies hard work is happy work nuka cola nuka cola nuka cola nuka cola nuka cola sunset ich kann es nicht lesen dann hier natürlich das survival guide ist auch dabei hier nochmal ein das müsste das bild glaube ich sein von der handy app namen müssen wir empfohlen hier nochmal volttag volt boys volttag und hier haben wir unsere ganzen perks die man lernen kann so ja dann hier zum beispiel jetzt wenn man so ein haus für strong bauen will da braucht man ja diese ganzen mutanten items zum beispiel hier zum beispiel das ist übrigens das meetback ist übrigens eine kiste solche sachen die sind unter anderem in der mod homemaker expanded enthalten und in settlement supplies expanded ich werde euch auch zu beiden mods die links in die beschreibung packen und das den das keyword das ihr dazu braucht das müsst ihr ebenfalls mit mod manager installieren damit die beiden mods zusammen funktionieren das fügt auch noch mal unglaublich ist ja gerade einer runtergefallen nicht viele super mutanten bringen wir sie über die bühne ok jetzt komme ich nicht mehr hoch so wo bin ich stehen geblieben äh genau was ihr alles damit zu bauen könnt ähm wenn wir nur mal einen zu den möbeln reingehen hier eben die container neue verschiedene couch möbel die ihr auch einzeln zusammen snappen könnt äh küchen möbel ich glaube ich hatte das sogar schon mal gezeigt aber es wird auch permanent geupdatet also genau das packe ich euch auch noch mit rein diese teile könnt ihr an die wand an die wand packen und da könnt ihr hier waffentrank leben leider sie werden sie immer als vanilla waffen angezeigt also niemals gemoddet finde ich fast ein bisschen schade so für die nächste mod wäre es angenehm wenn es ein bisschen dunkler wäre jetzt sind alles belegt hier so mal kurz hinsetzen so ich möchte warten blablablablablablablablabla hancock ok ich kann jetzt hier nicht warten dann eben anders verzögerung 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 wie unprofessionell Neo so ähm warten wir mal machen wir 8 Stunden denn es gibt noch eine Mod äh eine Mod die nennt sich Colored Workshop Lights damit könnt ihr farbige Lichter in eure Siedlung bringen sieht sehr schön aus ich hab da bei mir jetzt auch so jedes Haus mit einer anderen Farbe mal bestückt wie hier sehen wir es schon bei Strong in der Hütte da ist es mehr rot gehalten hier so eine Walllight dann gibt es hier diese Spotlights die leuchten dann rot hier haben wir einmal grün nochmal grün bei Dance leuchtet es nicht warum leuchtet es nicht das war doch die Vereinbarung nicht wahr fehlt hier Strom irgendwo ah ja hier ist die Stromkette unterbrochen aha da fehlt der Strom der Strom fehlt ach Gott ich bin halt so unvorbereitet das ist fast nicht mehr zum ertragen dann na komm ha so beim Polored Dance haben wir es hier in blau gehalten auch die Powerrüstung schön beleuchtet in blau bei McGreedy haben wir es orange gemacht und es gibt noch mehr Farben bin eben noch nicht fertig mit meinen mit meiner Siedlung hier genau was haben wir da alles da sehen wir es ja blau, grün, orange, lila, rot, gelb und da geht es weiter mit dem nächsten Leuchten wieder mit den selben Farben ja die hier sind auch bei den äh anderen Mods die ich euch kopierte dabei so ein schönes feuriges Fass damit sind wir eigentlich sind wir mal kurz auf meine Liste gucken sind wir fertig mit den Mods vielleicht habt ihr es schon gesehen ich hab hier mal versucht mir so so ein kleines Stück Megaton zu bauen ich kriege nur die Bombe nicht so hin dass sie so liegt falls jemand das selber mal so machen möchte zeige ich euch ganz kurz wie das geht und zwar in dem Fall ganz klar braucht ihr so eine Mini-Atombombe wenn ihr mal eine Fatman hattet habt ihr sicher auch Munition Mini-Atombombe so da droppen wir eine auf den Boden öffnen die Konsole klicken die Atombombe an da gibt wir ein Set Scale 10 10 ist das Maximum so dann geben wir einmal ein Disable und Enable Zack und schon habt ihr hier eine große Atombombe liegen wenn ihr die einfach wieder aufnehmt ist die wieder die normale Größe also es funktioniert nicht dass ihr eure Mini-Atombombe so groß macht und dann damit abschießen könnt das geht leider nicht ich hab's versucht so dann nehmen wir das ein äh nehmen wir es wieder auf das war's dann auch mit dieser Folge ich hoffe es hat euch gefallen wenn ja lasst mir doch einen Daumen nach oben da und wie immer wir sehen uns im nächsten Video wieder macht's gut